Frostmatten werden häufig beim Tiefkühlen von Lebensmitteln verwendet. Aber wie verkürzen sie eigentlich die Gefrierzeit und was zeichnet die Spacer von Freeztag aus? Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie Spacer den Schockfrostvorgang verbessern. Zum einen erlauben sie es der gekühlten Luft auch den inneren Teil der Palettenladung zu erreichen, wodurch sie den gestapelten Boxen die Wärme entziehen. Zum anderen ermöglichen sie einen optimalen Luftstrom im Schockfroster. Im Grunde genommen sucht sich die Luft den Weg mit dem geringsten Widerstand. So besagen die Naturgesetze, dass der größte Teil des Luftstroms es vorzieht, eine Palette zu umrunden, statt sich durch ihre Lagen hindurch zu bewegen. Freeztag verfügt über Abstandhalter mit einzigartig hohen offenen Profilen von 50 Millimetern, die entworfen wurden, um den geringstmöglichen Luftwiderstand zu bieten. Dadurch kann mehr Luft durchgelassen werden, wodurch der Kontakt mit der Mitte der gestapelten Boxen für eine bessere Wärmeabfuhr erhalten bleibt. Ein niedriger Luftwiderstand sorgt darüber hinaus dafür, dass der Luftstrom nach den ersten Paletten nicht blockiert wird, sondern auch die Paletten am Ende der Schockfrostkammer mit höchstmöglicher Geschwindigkeit erreicht werden. Unter Laiengesichtspunkten bedeutet geringer Widerstand mehr Effizienz. Je offener der Abstandshalter ist, desto mehr Wärme kann die Luft vom ersten Kistenstapel bis zum äußersten extrahieren. Sie wissen sicher, dass Fleisch bis zu 75 Prozent Wasser enthält, das während des Gefriervorgangs in Eiskristalle umgewandelt wird. Je länger es dauert, ein Produkt einzufrieren, desto größer sind die Kristalle und desto größer ist der Zerfall von Fleischzellstrukturen. Dies hat einen enormen Einfluss auf die Fähigkeit des Fleisches, Fleischsäfte zu binden und schließlich auf seine Endqualität und ihren Profit. Unsere Spitzentechnologie hat die Kraft, Ihre Gefrierzeit zu verkürzen, reduzierte Energiekosten, eine bessere Auslastung Ihrer Gefrieranlage, ein kleinerer ökologischer Fußabdruck und letztendlich eine Verbesserung der Qualität Ihrer Produkte. Verbessern Sie Ihre Gefriereffizienz bei freestec.net.